ich sitze erst seit einem halben jahr auf einem vollgefederten mountainbike hat man mit dieser erfahrung spaß in einem bike park genau diese frage habe ich mir gestellt und heiße dich herzlich willkommen zu meinem ersten video auf diesem kanal um ehrlich zu sein fuhr ich damals jahrelang dort aber mit einem hardtail welches 100 millimeter federweg hat auf glatt geschäften strecken zu fahren ist dann doch noch etwas ganz anderes wir starteten also locker in die sogenannte flow country line die circa 1,6 kilometer lange strecke weist keinerlei steine wurzeln oder riesen sprünge auf lediglich ein paar kleine tables welche man locker überrollen kann sowie kleine anlieger also für jeden anfänger aber ebenso für erfahrene fahrer wunderbar geeignet welche die finger einfach mal von der bremse lassen möchten es ist von vorteil freunde zu haben die vorfahren um einem die strecke zu zeigen ne du kannst mich ja soviel dazu vielen dank an meine freunde weiter ging es auf der freeride auch hier gibt es bis auf ein paar wurzeln und steine nichts was ein anfänger davon abhalten sollte diese strecke zu testen kleinere drops oder steinfelder können einfach umfahren werden mit 3 f�seln Da an diesem Tag die North Shore Line leider zu hatte, haben wir uns den Spaß an Holzelementen auf dem Continental Track nicht nehmen lassen. Wenn du hier den Fall krank hast. Nachdem wir uns ein wenig warm gefahren hatten, ging es auf die Black Line. Bei dem verschwitzenden Grinsen der Jungs konnte ich schon fast erahnen, was das bedeutet. Dazu muss ich sagen, dass es zuvor die ganze Nacht geregnet hat. Man hätte sich also den Verschleiß beim Bremsen sparen können, da man sowieso nicht zum Stehen kam. Aber um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass ich selbst im Trockenen die Strecke besser gemeistert hätte. Alles ok? Soll man denn jetzt hier wieder drauf kommen? Ich glaube ich muss hier gerade mal... Alter, wo sollst du hier lang fahren? Ne. Hab ich nicht geappelt. Ich komme hier dann immer so runter. Ich komme hier dann immer so runter. Nein! Ach, Jermaine, du bist ein Arsch. Die Downhill Strecke ist genauso wie die Black Line für einen Anfänger mehr Kampf als Spaß. Hätte ich von Anfang bis Ende der Downhill Strecke für jeden komischen Ton, den ich von mir gebe, einen Euro bekommen, hätte ich wahrscheinlich mein Ticket wieder raus gehabt. Ich als Anfänger auf solchen Strecken hatte dennoch riesen Spaß. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass es mich doch gerne mit einem Daumen hoch, einem Kommentar oder sogar einem Abo wissen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.